Willkommen bei Profischnack.de. Heute habe ich ein Luxusbettsofa für Sie und zwar aus dem Hause Bali Badlieb Springe in Ostwestfalen. Das Mega-Erfolgsmodell Flexa von Bali in Leder, Originalleder, Echtleder, grün, mittelgrün, feines Grün. Und Sie sehen es ja, das Sofa hat zwei Rückenkissen, zwei Armenkissen, die lose sind. Die sind dabei. Zack und zack und schon sind sie nicht mehr dabei. Kompakte Außenmaße mit 1,66 Meter und dem einfachen Flexa-Beschlag, der deshalb so erfolgreich ist, weil er so einfach ist. Übrigens, warum ist hier kein Leder? Weil hier eine Anti-Rutschmatte angearbeitet ist, damit das Lederkissen nicht rutscht. Ganz einfach ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Hier sehen Sie jetzt natürlich auch schon das Messemodell. Alles mit Leder bezogen, kostet normalerweise Aufpreis. 1,40 Meter breite Liegefläche, genug Platz für zwei, für Sie und Ihren Liebsten oder Ihre Liebste. Und Sie haben hier wirklich mehr als nur ein Notbett, ein echtes Bett, wo man zur Not auch jeden Tag, nicht zur Not, wo man auch jeden Tag drauf schlafen kann. Ein kleiner Bettkasten ist auch noch integriert. Das Ganze geht so leicht. Schnappi-dabbi-dau. Mit einem Wupps habe ich das wieder drin. Die Kissen wieder drauf. Voller Umstattung, die Messe, klar. Die Arm-Teilkissen dran. Und schon ist das wunderschöne Sofabett fertig. Jetzt sieht niemand mehr, dass auch noch ein Bett integriert ist. Flexa von Bali. Für mich eines der besten Bettsofas auf dem Markt. Jetzt in echtem Leder. Wollen Sie zuschnappen? Dann tun Sie das schnell. Wir haben es einmal. Und tschüss. 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 Vielen Dank.